Oh mein Gott! Das kann dauernd die Rotmünzen hier zu kriegen, gell? Das kann dauernd... Geh mal aus und dann muss ich mich dann halt springen. Ich hoffe, ich fall da nicht runter. Da, das ist nämlich so nah am Rand. Oh, ne! Oh, oh, nein! Nein, da habe ich keinen Weitsprung gemacht. Oh mein Gott, oh, ne! So, jetzt bleibe ich so lange hier vorne stehen, bis ich hinten... Da ist noch ein Auge. Oh, das ist ja noch auf einer kleineren Plattform, ey. Wie haben die sich denn das gedacht, dass man das kriegt? Oh, da muss ich ja ganz am Rand laufen, ey! Alter Scheiße! Jawoll! Und das habe ich damit gemeint. Hammer! Ich glaube, ich mache das anders da. Ich sammle jetzt zuerst... Warte, wie viele rote Münzen habe ich? Zwei! Sechs sind auch hier, zwölf. Dann sammle ich jetzt bis 88 Münzen und komme dann nochmal hier hin. Weil... Die Augen, die kriege ich nicht. So. Das schaffe ich nicht. Dafür bin ich einfach zu schlecht. So. So. Die weiß ich auch schon, wo die kommen. Oh mein Gott. Oh! Das waren vier Münzen, die ich nicht gekriegt habe. Oh mein Gott, was gibt's denn... Was kann ich denn jetzt hier noch von Sternen machen, weil... Dann kann ich das ganz vergessen, ey. Alter! Gibt's denn jetzt noch? Bin ich denn jetzt hier gelandet? Oh, ein Stern! Oh, ich bin gerettet. Oh, ein Stern! Oh, ich bin gerettet. Und... Okay. Äh... Machen wir jetzt hier... Bis auf 84 Münzen... Geh mal sammeln. Ne, Quatsch! Ne, Quatsch! Unten gab's ja noch... Gab's ja noch sechs von den Viechern hier. Mache ich das so? Sechs... Also bis 78 Sammeln. Warte mal, da kommen irgendwann mehr raus. Ich kann schon einfach hier 100 Sammeln. Oh, nö. Oh, nö. So, hier unten, die lasse ich dann mal stehen. Die hole ich dann als letztes, dass der Stern schön unten ist. Dann sammeln wir jetzt bis... Was hab ich gesagt? Was hab ich gesagt? 78 meine ich. Hab ich gesagt. So, jetzt krieg ich alle. Weil vier Münzen, das sind 20. Das ist schon extrem viel, wenn ich da gefehlt hatte. Ja, jetzt hab ich sie nämlich alle gekriegt. Oh, nö. Ich bin schon wieder gefordert. . Also hier unten ist es richtig wirklich. Da kann man gut Geld... Geld machen. Im Nebenlaborieren. Wovon ich möglichen trotzdem kein Fan sein. Wovon ich nie in fern sein werde. 2 ohne die um die Mütze Hier geht's raus. Okay. Ich denke, 39 Münzen werde ich noch von irgendwo anders daher bekommen. Notfall gehe ich da auch noch mal zu Nessie und so. Ne, Quatsch. Ich brauche... 17 Münzen sind es ja nur noch. Stimmt. Gehen wir nochmal zurück. Zurück. 17 Münzen schaffe ich. Irgendwie schaffe ich die. Gehe ich jetzt hier. Oh mein Gott. Nee. Ich hasse diese Welt. So, okay. Jetzt muss ich überlegen. 17 Münzen hat ich noch übrig. Jetzt muss ich erstmal gucken, wie viel ich hier mit denen da hab. Jetzt muss ich ein bisschen so, ein bisschen rechnen. So. 11 habe ich jetzt. 17 haben noch gefehlt. Dann gucke ich, dass ich die jetzt zuerst hole, weil die im Nebel-Labyrinth, die waren ziemlich solide gemacht. Ähm. Ja, okay. So 16 und die 6 so. Das sind 22, wo ich da finde. Das sind 78 dann. 17 haben gefehlt. Dann hatte ich 61. 50 habe ich da unten gekriegt. Okay. 50, 72. Ja. Toll. Ja, 17 Münzen fehlen mir jetzt so. Nochmal. Dann passt das. still. Jetzt 저�ssen wir recken. Bei dem Auto gehe ich nicht da rein? Ja. Jetzt gehe ich das noch mal rein? Drage ich dich aber auch hier rein? Ja. Ja. Oha. Oha. bis 28 ok eine Münze aber da draußen ist so eine Fledermaus rumgeflogen dann werde ich wenn ich dir jetzt noch holen dann habe ich nämlich genau die 28 die ich brauch und kann dann hoffentlich unten alles klar machen. So. Komm her. Oh, ein Fledermaus. Komm. Ich will dich doch nur töten. Oh, wo fliegen die hin? Komm her. Ja, fein. 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 Ich will dich doch mal haben. Ja, fein. Vielen Dank.